Da kann ich auch nicht irgendwie den Bildschirm drehen, weil das bringt mich nicht weiter, denn ich muss ja so oder so dann umgekehrt denken. Und damit meine lieben Freunde begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2, bei 1 Subscriber Level per Day, World K2, Upside Down von Ratchet, K-Level like Donkey Kong. Abschlussrate 6,25%, ein erfolgreicher von 16 Versuchen, 6 Leute haben sich dran probiert, der Weltrekord liegt mit 1 Minute 23 bei Nikoman 91. Wir probieren's. Upside, oh nein, kein, nein, nein. Es wurde mir bewusst. Oh. Da kann ich auch nicht irgendwie... Da kann ich auch nicht irgendwie den Bildschirm drehen, weil das bringt mich nicht weiter, denn ich muss ja so oder so dann umgekehrt denken. Pfff. Ufff. Okay. Oh, come on. Ah! Hangen wir echt an diesem einen Block fest? Ich glaub's nicht. Oh man. Ich hab's noch gesehen und denke mir, hm, ah komm, das geht schon. Ich hab's noch gesehen. Wow! So knapp vom Ziel. Na? So knapp vom Ziel. So�! Jesus! Oh, das gibt's nicht. Ich hätte getroffen. Ich hätte getroffen. Ich hätte getroffen. Ich sehe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Ich denke mal, es darf nicht die Clown-Kutsche treffen. Dabei darf es nicht Mario treffen. Ich sehe das Ziel. Das ist eine Nummer. Ich sehe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Komm, ja. Ich sehe das Ziel. Ja. What a level. Wow. Und Rekord. War jetzt kein schlechtes Level. Also auch gerade Upside Down, aber ich mag kein Upside Down. Es tut mir leid. Also... Ich sage trotzdem, selbst wenn mein Greenscreen mal wieder totale Macken macht, ich bin euer Trohard Rhein. Tschüss.